Kai hat heut frei und trinkt bei Thomas ein, zwei Colas Kai hat heut frei und isst bei Markus eine Bratwurst Kai hat heut frei und kauft bei Tina noch paar Bina Kai hat heut frei, doch bei Steffen muss er brechen Es ist was Kai macht, wenn er frei hat Und die Menschen stets begeistern